Yo Leute, wir sind wieder bei Harry Potter. Ja, ich bin Jan und es geht weiter. Geil. Wir sind immer noch hier bei der Flitwick Wingardium Leviosa Aufgabe. Ja, da will ich jetzt nicht die ganze Zeit auf die eine Bohne, ganz ehrlich. Ja, wir sind ja riche Boys. Ah, scheiße, ein Kessel hier. Aha, du dich flipendo ich dich. Ja, nein. Ja, willst du mal hier, ja. Kann ich die Zähne schon anziehen? Nice. Okay, der hat nicht erzählt. Ja, top. Wo rennt der hin? Der ist auch einfach in einem Spiel reinprogrammiert worden, um ihr den Boden wegzunehmen. Aber ich gebe ihm gar nicht die Chance. Ja. Ja, sei einfach noch lauter, okay. Wingardium Leviosa. Leviosa. Zack. Ich finde auch cool, dass es hier einfach wirklich in Hogwarts einfach nach einem Lehrplan... Nicht so wie in echt früher in der Schule, wo man Sachen können muss, die man gar nicht bis jetzt hatte in der Schule. Und hier muss er nur die... Arsch, ne? Nur die Zauber verwenden in jeder Aufgabe, die man wirklich schon gelernt hat. Und dann irgendwie alles. Das ist dann irgendwie immer so eine Steigung. Aber naja, ansonsten wäre es auch langweilig. Naja, lassen wir uns mal nicht über das Schulsystem aus. Ja, wir sind Harry Potter. Ein Speicherbuch. Oh, wieder Abgründe. Das ist doch wieder so... Kante. Muss ja irgendwo was sein. Oder ist das auf der anderen Seite gewesen? Ich glaube, hier war irgendwo was. Ein geheimer Raum. Okay, kein geheimer Raum. Kann ja nicht überall ein geheimer Raum sein. clean. Also hier drin war auch nichts. Nö. Okay. Ach, der fährt weg. So springt man, so springt man. Die Steuung. Ist das einfach. Anlauf. Ach, sehr gut. Harry, du bist der Beste. ja ich finde es auch einfach cool dass in hawkwurz einfach so den schwarzen abgrund so da können wir runter springen also nicht so ganz was das war erst mal das ja ja naja ein bisschen muss man ja erkunden schon sehen dass sie jetzt noch in den ersten herren von dateien auch viel besser als in den anderen das tatsächlich muss ja auch sagen dass hier ist natürlich also ich habe es halt schon mega lange gespielt also mega viele jahre trotzdem würde ich nicht sagen dass ein kleines klein sagen weil ich ja noch viel weiß waren jetzt am anfang eine andere weiß aber es gibt auch spiele die ich gar nicht gespielt habe zum beispiel harry potter die beiden siebener teile habe ich gar nicht gespielt und ja bis dahin lernen wir erst mal fleißig hier zaubern und einfach nur mora und weiter was passiert wenn wir hier rein also wir sind doch was wir sind jesus wir können über wasser gehen ich wusste nicht dass man als zauberer so mächtig ist sondern einfach gott und jesus gerade geweint wer hätte dass das jetzt nicht ausgelöst so sind auch das eigentlich auch so eine sportschule ne also weiß ich auch so im unterricht würde ich eigentlich persönlich kommt wir machen das wir sind richtig gut in einem also so im unterricht die ganze zeit das leben rüsten dass das das ist ja ich finde ich finde einfach cool ist ja cool übergegangen schon einfach ich glaube dass der widerstand einfach mal so klein ist der geringe luftwiderstand der luftwiderstand der nicht vorhanden ist 95 boden haben wir schon wo wir sind voll krass diese unübliche handposition wenn man mit den pfeil tasten spielt ich ja früher alles in den pfeil tasten spielt aber jetzt gar nicht mehr und das fühlt sich richtig komisch an ja wenn ihr das auf herr kommt nicht zum kräuterkunde unterricht hey müssen wir irgendwas mit pflanzen machen okay ich bin mit pflanzen wenn ich in echt richtig schlecht durch das weg komm nicht zu spät ja hat er nicht hält ist okay das war einfach nach der zeit okay die dachten ich kann nicht lesen oder so wahrscheinlich nicht dass er noch ist ja verarsch mich nicht harry potter gehorche mir soll ich jetzt weil da sieht man doch dass da oben was ist kann ich jetzt nicht ja boah guck mal wir müssen einfach über die seite springen da darf ich jetzt hier rein hä was ist so wie dazu es gab früher die wachs wir haben in der letzten folge schon die glitschtruhe gefunden und hier jetzt aber egal wenn man sich nicht bestellen also es gibt wesentlich schlimmeres hier ist es einfach auch noch cool naja so wären wachs cool sein können es ist witzig dies mein freund hey wo wirst du ich hasse rumfliegende dinger bewegende jaa fissig ja ich weiß dass du boah spaß ah wir haben ihn besiegt ja da wir sind harry potter wir sind nice ja geht einfach durch die decke alter er ist richtig abgehoben ok da ist nichts zu zaubern das allgemein nicht zu zaubern wir brauchen die kröter wir brauchen die bohnen für naja ein paar experimente das ist voll die mafia die knüpfen uns hier voll ab bohnenmafia hier wir treiben richtig handel ein mafiosis hier das ist d die stehen dahinter in ihrem reingang immer noch die kaffeln irgendwie bestämter wieder ein brief ja hallo ja ich bin fertig mit lesen das darf jetzt auch mal weg auf jeden fall denken die wir werden blöd in welche richtung geht es zum okay das ist die richtung von der truhe da war neville gerade mit dem in der milch dummer jungen alles klar erst mal deutsch sprich erst mal richtig so ich glaube da geht es auch lang aber ich glaube da hinten können wir mit dem dummen reden in den film also übrigens mag den ja in dem game ist einfach nur witzig deswegen hallo neville ich mag dein gesicht nicht du bist das licht erinnert mich an alles was ich vergessen habe zu tun nein da hätte ich beinahe etwas vergessen nimm dich vor draco mal feuer nacht ist eben hier herumgeschlichen nein es ist ewig zu machen gewährlich ich wünsche uns schon wieder alle boni abgezwackt die wichser aber naja nimm dich vor der mafia nacht oder wie heißt es so speicher buch aber jetzt geht es erst mal zum kotterkunde unterricht oder auch nicht draco ist wieder da schon wieder potter spioniert und schloss herum was bis hierhin und keinen schritt weiter komm jetzt mach mal ein fettes battle ja halt die fresse schluchten da steckt seine hand ja weiß ich finde ich auch witzig weil ich wollte es auch sagen dieser hat man ja auch opfer die explodieren man ja voll schnell manche die die er richtig schnell hintereinander wirft die explodieren auch mir hat mich nicht das mega langsam am explodieren alles klar ja will mir das nicht anhören ich will mir das nicht anhören nein okay Schreihaden was war da grad los muss in der Froschnähe bleiben glaube ich hab mein Leben auch gar nicht geachtet egal wie sehr du dich aufhörst ja halt die fresse man der Kopf ist aber so groß erinnert mich an so ne wackelkopffigur also am Anfang die ist richtig gut das hat doch schon mal guter move ich glaub der verträgt insgesamt der war richtig gut ah ja guck wir müssen uns einmal anstrengen und dann oh nice boah wir sind voll gut ja guck mal einmal hier wir machen einmal ernst dann haben wir ihn fertig gemacht gar nichts aber das ist richtig gut ja das er gleitet auch einfach geschmeidig die Treppe hoch und ja auch wenn ihr kein Speicherbuch ist würde ich sagen mit diesem erfolgreichen Kampf äh beende ich die Folge es hat wieder mega Bock gemacht für euch mit euch Harry Potter zu spielen und der Stein der Weisen und in der nächsten Folge lernen wir irgendwas im Kräuterkundeunterricht also und ich glaube wir müssen wieder Besen fliegen wegen dem Erinner mich das kommt auch noch nice also freut euch drauf ich freu mich auch haut rein ciao